Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von Anon Worlds Entertainment. Dann gucken wir hier dann noch mal ein bisschen tiefer. Wenn der Mob da oben umspringt. Gibt es hier vielleicht schon irgendwo. Alter Schwede, was für ein Klaus mitgenommen haben und hier ist noch mehr. Wenn ich das alles hier sehe, möchte ich das alles haben. Das kann ja nicht noch weiter runter gehen, Leute! Hier komme ich gerade noch so dran vorbei. Hier vorne sehe ich gerade nichts. Kein Wunder, dass hier vorne nichts sehe. Hier geht es mir hoch. Hier unten ist Quartz. Hier unten ist Quartz. Quartz müssen wir noch ein bisschen mitnehmen. Hier sind auch die Reune nütz. Kann ich nicht. Oh! Ich muss zurück. Was liegt denn da rum? Wo ist denn die Darnfelsen? Oder was ist das? Oh ne, das ist ein Maler. Oh, hier ist so viel Zeit. Ich komme jetzt zurück zurück. Welcome aboard. Wir kommen jetzt mal aus. Würdige Schmieren. Zutaten. Zack. Noch mehr Quartz. Gold. Wo bei nichts? Hier haben wir nichts. Hier ist der erste Reich. Die Diensteine. Diamant. Schnell raus. Ich bin hier rauf. Ah, hier ist der nächste Reich. Ich habe zuerst immer raus. Hier haben wir noch mehr. Oh, hier sind mehr von allem. Blutöl. Und schnell zurück. Da ist auch noch überall mehr von allem. Oh, herrlich. Eine Oase. Aber ich brauche hier noch mehr Arten. Das ist ja Wahnsinn. So, wir haben Quarz, wir haben Glas. Halt Blutöl. Wir haben aber nicht. Wir haben Gold. Dann mache ich hier extra eine Glaskiste. Blei raus. Das wird Glas. Zick, zick. Blei hier raus. Das kommt hier hinten rein. Sergeant Blei. Genau. 1, 2, 3. Gold, Kupfer. Oh, nix. Gold. Kupfer. Quarz. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Glas. Das ganze Kiste-Glas, alter Schmede. So kann's gehen. Ich brauche was zu essen. Und zu trinken. Aber hier ist noch so viel Uranit. Und Quarz. Und ich würde ihnen schon drauf helfen. Welch hier auf einem dunklen ist, ist ja blöd. So. Na, komm. Zei. Klaus. Nee. Hat sich nicht gelohnt. Uweinit. Jetzt zwei, eins, zwei, drei. Wollen wir noch ein paar. Wenn wir einmal hier sind. So. Packen wir wieder rein. Einmal Glas. Einmal Quarz. Einmal Essen. Ah, die hier hinten brauchen wir auch nicht, ne? Kommst ja gar nicht hin. Die zwei kann man lassen. Die kann man hier auch lassen. Da bleibt das auch schon mal gar nicht mehr. Nein, drei. Ganz so überproben. Können wir ja eins hier unten rein machen. So, auf die Mitte. Zack, besser. So, hier vorne sehe ich ein bisschen was. Hier sehe ich gar nichts mehr. Und ich wollte hier was essen. Und zwei, drei. Und die Titan wegbringen. Der war voll. Ja. Der ist voll. Ja. Der wird voll. und ich wüsste, wo wir hier sind. Das rutscht doch schon wieder so hin und her. Meerestiefenströme. Macht's doch aber gar nicht. Oh ja. Aber laut dem Zeugs bewegen wir uns nicht. Ich muss noch ein Stück nach hinten, wie das aussieht. seltsam, seltsam, seltsam. Aber ich bin noch gerade nach vorne mal aufsteigen. Halt, 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 halt. Nein. C, runter, 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 runter. Ui, 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 ui. Guck mal hier rein. Genau. So. Dann fahren wir mal zurück. Nein? So rum, zurück. zurück so rum zurück ich sehe jetzt hier auch nichts mehr hier sehe ich noch ein bisschen was obwohl ich eigentlich nur noch zurückfahre so kommen wir jetzt wieder hoch scheint so wo bin ich denn da reingefahren kommandoturm also so sind wir jetzt ganz draußen schön fallen da ist es frack da ist die base und hier sind wir eine insel was bist denn du hier was bist denn du hier wo kann ich denn hier einlenken dass sich gut aussieht oder so die vielleicht mal richtig runter da können wir uns dann hier auch mal ein bisschen umgucken so ne ich muss ja mit escape muss ich raus wir brauchten ja sowieso noch ein bisschen gab es das hier das war doch gar nicht die insel nö hier gab es doch nur die teile aber hier kann ich mir ein paar ressourcen holen für unsere becken na jetzt mal nicht nicht durchdrehen so lass mal los ach für unsere becken für unsere pflanzenbäder ja Marmor ist schon das beste Marmormelone aber wir können uns ja noch ein bisschen Abwechslung holen so dann hier hin und hier hin und hier mal raus ja dann gucken wir hier mal nö nö die hat man schon ne ach hier kann ich gar nicht die war uns korallenbaum hat man Foxy Strach hat man auch aber Probe können wir ein paar mitnehmen wie groß sind die? jawoll achso kannst du mal essen hat man hat man hat man ja mal gucken ob wir die anbauen können ja mal gucken ob wir die anbauen können Aua und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um Halt das nicht das fein dann gucken wir jetzt mal hier runter da und dazu sollte ich auch mal wieder ne in die unten gucken wo wir jetzt hier einfach mal abtauchen keine Ahnung wie weit das hier runter geht sieht aber auch schon geil aus sieht aber auch schon geil aus müssen wir nach vorne gucken was es hier alles so gibt was es hier alles so gibt kommen wir hinten rum das ist Schiffsschraube jawoll was denn da ist da vorne fantastisch hier alter Schmähler nach oben hin kommen wir einfach so ja sieht schon geil aus ich würde gerne mal wissen was das für weißes zwecks da unten ist ich würde gerne mal wissen was das für weißes zwecks da unten ist ne 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 kristalle sind aber pilz biome ist es nicht wieder das wo ich wo ich damage gekriegt habe in 200 meter tiefe hier passiert erstmal nix was bist denn du das brauchen wir doch das brauchen wir doch das brauchen wir doch genau die zwei stück davon was bist du wärme kraftwerkfragment brauche ich ganz bestimmt auch da ist noch eins aber ich brauche luft ich muss noch ein stück senkrecht runter oh ein ganzes stück wenn ich hier unterwegs sein will ich muss auch tierisch aufpassen dass ich nicht irgendwo dagegen hämmere boah woah 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 edelsteine moment zimmer kein ist das ärgerlich jetzt haben wir kein Lithium da Titan haben wir da die Kristalle haben wir jetzt da ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich kristallines Aluminiumoxid da muss man gucken, dass wir hier noch mehr davon auftreiben Gold Quarz jetzt gucken wir noch mal raus der schon wieder schlecht ist das hier vielleicht auch mit drin das ist Gold das ist jetzt die einzigen beiden Dinger oder was ich brauch Luft ich muss noch mal raus ich muss hier noch mal raus hier gibt es noch mehr Kristalle wir müssen hier näher rein wir müssen da näher rein aber erst mal muss ich wieder hier und näher zack, jawohl, geschafft ein Quarz ein Gold und dann muss ich irgendwie komm ich hier drunter durch ja, ich gehe mal kurz ja, ich gehe mal kurz ja, hast recht, hast recht wir sind am Kiel aber da habe ich noch eins gesehen das lasse ich da nicht liegen und wenn, dann geht es sowieso doch lang, hast recht, hast recht, hast recht am Arsch noch eins ja ja Gott kann ich doch nicht liegen lassen verpässt dich hau ab schüssi wie der so ich bin drin und wir haben ja, tut das jawohl wir haben auch einen Titan na jo, dann ist es ein Titan und hier schon wieder voll jawohl komm da rein was zu essen brauche ich auch schon wieder man kann man gleich wieder einsetzen machen uns voll und ja, hier blinkt es auch schon wieder wie Sau aber ich wollte doch wenigstens noch ein bisschen was finden ja, Quarz haben wir ohne Ende gefunden, ne da ist noch eins aber da ist noch eins aber da ist klubschig wieder da ist klubschig wieder okay, die Kamera gefällt mir gibt es hier unten noch ein bisschen was gibt es hier unten noch ein bisschen was da vorne ist auch eins dort ist es schon mal schön das sieht auf jeden Fall besser zu erreichen aus so hier unten gibt es noch mehr davon und davon mit dem Anzug würde man sich natürlich hier unten freuen das ganze Quarz da ich keine habe ja, noch nicht noch nicht so, ich bedanke mich fürs reinschauen vorbeischauen und vor allem fürs Zuschauen Dankeschön wenn es euch gefallen hat sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu Subnautica bis dahin auf Wiedersehen und Tschüssi Kowski